Ich habe das Gefühl, das ist ein Raumschiff voll von Special Snowflakes. Es ist nicht zu ertragen. Ich schneide es mal nicht, Jürgen. Also steige dich jetzt nicht heute in was rein, weil diesmal wird von mir nicht geschnitten. Willkommen zum Red-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Sönke. Hallo Stefan. Ah gut, du wirst gleich sagen, dass er als Gast da ist. Da habe ich jetzt gespoilert. Und hallo Welt da draußen. Hallo Stefan. Hi Sönke. Hi Jürgen. Hallo. Willkommen zu unserem ersten Double Feature. Zusammen mit dem Hyperraum-Podcast sprechen wir heute über Fandom in Star Trek und Star Wars. Oder einfach über Fandom generell, aber an Beispiel dieser beiden Serien bzw. Universen. Oder Franchises. Oder Franchises. Stefan, möchtest du dich vorstellen? Ja, ich versuche es kurz zu halten. Ich bin der Stefan vom Hyperraum-Podcast. Ich bin glaube ich noch relativ neu im Podcastgeschäft, jetzt in Folge 6 oder 7. Ich bin ja großer Fan von den ganzen Franchises oder von den Themen, die wir jetzt hier besprechen. Bin aber, und das sage ich auch bei meinem Podcast immer wieder, mit Sicherheit jetzt kein großer Experte, der total in allen Details drin ist, aber dafür eben umso emotionaler bei dem Thema mit dabei. Und ich bin damals tatsächlich über euren Podcast gestolpert als einer der ersten, als ich so ein bisschen in diese Podcast-Welt eingetaucht bin. Habe euch dann, glaube ich, das war der Podcast über Tales from the Loop kennengelernt. Bin seitdem dabei. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht jede Folge von euch gehört und das war auch eine der Inspirationen dann für meinen Podcast wiederum. Oh, toll. Genau, ein bisschen Einschleim am Anfang gleich. Nee, aber es ist tatsächlich wahr. Und ja, ich versuche bei mir in meinem Podcast einfach so ein bisschen querbeet Science-Fiction, aber auch dann vielleicht mal Fantasy oder Comics aufzugreifen, wie der Name hergibt. Fokus sollte dann schon auf Star Wars sein. Aber ich will auch gerne andere Themen besprechen. So, sehr schön. So, ein Double Feature. Das bedeutet, dass die erste Hälfte erscheint im Real-Podcast und die zweite Hälfte erscheint im Hyperraum-Podcast. Das bedeutet, wenn ihr das gesamte Gespräch hören wollt, müsst ihr euch beide Podcasts anhören und dann sehen wir ja mal, ob das geklappt hat. Mit was wollen wir anfangen? Mit Star Wars oder Star Trek? Ich glaube, das mag unser Gast entscheiden, oder? Machen wir das mal so. Stefan, womit magst du anfangen? Jetzt hast du mir gleich schon mal ein Ei zu Anfang gelegt, weil ich auch noch nicht ganz sicher bin. Ich habe gedacht, vielleicht einfach für mich wäre mal interessant, weil ich weiß ja, wie ich zu den beiden Themen stehe, ohne mal wirklich schon in eins reinzugehen. Ja, vielleicht mal generell, wie ihr überhaupt zu den beiden Welten oder diesen Universen steht. Ja, vielleicht habt ihr auch einen kleinen Favoriten und wie ihr so zu den Themen gekommen seid. Und ja, dann schauen wir mal, wie uns die Reise hinträgt. Hm, das ist eine interessante Frage. Wie bin ich jetzt zu Star Trek und Star Wars gekommen? Also ich gehöre zu den Spätentwicklern, was den TV-Genuss betrifft, denn ich bin lange, lange in einem Haushalt mit nur drei Programmen aufgewachsen. Demzufolge habe ich zu den armen Schweinen gehört, die andere beneiden mussten darum, dass zum Beispiel die Star Wars Filme schon auf dem Privatfernsehen liefen, was mir noch lange nicht zugänglich war. Demzufolge war das allererste, was ich noch auf Kindesbeinen durch die Welt laufen zu sehen bekam und was mich ja total, also total abgeholt hat, Star Trek Next Generation. Ich kannte zwar ein paar alte Captain Kirk Folgen, aber ich kann mich nicht dagegen wehren zu sagen, dass ich sie damals schon irgendwie cheesy fand. Aber Next Generation, das war einfach das totale Brett und das lief damals im zweiten Programm und das habe ich ja also sowas von suchtmäßig abgefeiert und auch wirklich alles geguckt, was davon zu sehen war. Und dann die Star Wars Filme, also die alte Reihe, die es ja damals erstmal nur gab, habe ich dann halt bei Freunden mal auf VHS geschaut. Jemand im Freundeskreis meines großen Bruders war ein unglaublicher Star Wars Geek, der hatte so ein eigenes Star Wars Museum quasi in seinem Zimmer, der hatte alles, was man haben konnte. Todesstern und X-Wing und hast du nicht gesehen zum Aufhängen, all die kleinen lustigen Spielzeugfiguren, hat sich Audiokassetten aufgenommen von den Filmen, die er sich dann zum Einschlafen anhören konnte und so weiter. Also da habe ich schon gleich gemerkt, was so richtige Geeks sind, aber da war ich halt dann aber, muss ich auch sagen, wirklich noch zu klein, um das richtig nachzuempfinden. Aber dieser Zauber, den eigentlich beide Welten so ausmachen, diese Verschmelzung von Technik, von Zukunft, aber auch dem unerklärlich Magischen, das haben eigentlich beide Serien gemeint, das hat mich einfach, ich glaube, von klein auf für die SF begeistert, möchte ich sagen. Okay, ja, das ist ganz lustig, weil bei mir war es eigentlich sehr ähnlich. Ich bin auch aufgewachsen zu einer Zeit, zu der eben Kabelfernsehen noch nicht in jedem Haushalt war. Und auch wir zu Hause gar nicht so viel Ferngesehen haben, das habe ich übrigens dann nach, glaube ich, wie ich so 17, 18 war, alles nachgeholt. Aber entsprechend war ich auch, wie Star Wars zum ersten Mal an den TV kam, habe ich das, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Und auch dann erst über, damals in der Schule noch, wie andere das geguckt haben und dann davon erzählt haben, habe ich gedacht, ja, okay, was auch immer die da jetzt erzählen, ja, Vader, Leia Lichtschwerter. Und habe das dann auch, glaube ich, so in den späten Teen-Jahren entdeckt. Und damals, glaube ich, aber auch immer noch eher TNG. Ich habe es nicht auf ZDF geguckt, sondern was war das damals, Sat.1, weiß gar nicht mehr genau. Und bin dann da irgendwie reingerutscht und war eigentlich am Anfang viel größerer Star Trek Fan als Star Wars Fan, zu der Zeit von TNG eben. Auch so richtig mit, wir hatten dann einen kleinen Star Trek Fan Club. Ich hatte eine Uniform, die habe ich, glaube ich, immer noch im Schrank meiner Eltern irgendwo, eine gelbe. Ähm, mit, ja, mit diesen Badges und allem, was man so braucht dazu, Videokassetten aufgenommen. Dann gab es damals ja so ein Trading Card Game von Decipher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da konnte man quasi Karten, ja, damals noch im Comic laden musste man sich Kartenpacks kaufen, so ein bisschen Magic the Gathering-mäßig und konnte da gegeneinander spielen. Das war so mein Einstieg. Und später erst bin ich dann eigentlich so ein bisschen ins Star Wars Lager rübergewechselt. Wobei, das kann man eigentlich auch gar nicht richtig sagen. Ich mag eigentlich beides sehr, aber bin aktiv eher am Thema Star Wars dann dran geblieben über die Jahre. Genau. Sönke, wie war es bei dir? Es begann mit einem nasenblutenden Kind in einem Schwimmbad. Und das war ein Mitschüler von mir oder Kindergarten, keine Ahnung mehr. Das war der Hauke. Und ich habe ihm wohl geholfen, was gegen sein Nasenbluten zu tun. Und das hat seine Mutter ganz toll gefunden und hat uns dann eingeladen. Und Hauke hat gesagt, oh, ganz toll, wir dürfen Episode 4 gucken. Da habe ich gedacht, okay, warum schauen wir was, wenn Episode 4, wenn ich 1 bis 3 nicht gesehen habe? Und dann haben wir Episode 4 geguckt in New Hope. Und es hat sehr lange gedauert, sehr lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass es die Episoden 1, 2 und 3 gar nicht gibt. Ich habe auch lange nichts anderes gesehen als das. TNG habe ich im ZDF gesehen, wie es rauskam, ein bisschen die alten Kirk-Sachen auf Sat.1, wenn man mal krank war und mal zu Hause ferngucken durfte, weil wir hatten nur einen Fernseher mit Satellitenanschluss. Und ich habe dann mit Freunden die Filme, die Lukas mit zusätzlichen FX ausgestattet hat, dann alle im Kino gesehen. Und ich glaube, ich habe sie dann auch eigentlich zum ersten Mal gesehen, weil ich habe außerdem auf VHS New Hope die anderen, glaube ich, nicht gesehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und dann, klar, sind wir danach in Episode 1 und haben uns aber vor Episode 1 auch noch diesen Road-Movie angeguckt. Nein, gar nicht, weil der ist jetzt viel später gekommen. Ah, der ist so grausam. Vergiss es. Aber das ist jetzt so meine Erinnerung. Also ich fand Episode 1 dann extrem lahm. Und ja, ich bin nicht so, von beidem nicht so der Mega-Fan. Ich kann mitreden. Ja, ich kenne das ganze Zeug. Ich habe aber auch eine sehr hohe Affinität für Science-Fiction generell. Meins ist eigentlich Babylon 5, weil ich wollte immer was für mich selber haben, was nicht so viele Leute kennen. Also habe ich Babylon 5 geguckt. Und ich habe dann später Selamon geguckt. Ich wollte nur etwas sagen, weil ich habe keine Star-Wars-Uniform oder Star-Trek-Uniform, aber ich hatte ein Selamon-Kostüm. Auch gut, auf jeden Fall. Aha. Ja. Ich habe sogar ein Magazin, da ist ein Bild von mir drin, im Selamon und unten drunter steht, so schrecklich müssen wir uns eine Realverfilmung von Selamon vorstellen. Kein Spaß. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine gute Enthüllung, die wir jetzt hier schon haben. Und Sailor Moon zum Beispiel ist was, das ist lustig, ich kenne das vom Titel her. Und ich habe mir neulich, meine Freundin hat mir auf YouTube irgendwie den Trailer gezeigt. Ich habe das nie gesehen in meiner Jugend, eben weil wir kein Kabel hatten. Genau so, geht gar nicht. Also habe ich nie geschaut. Und Babylon 5 habe ich auch erst viel später entdeckt, weil ein Freund von mir ein ganz großer Fan davon war. Und der hat mir einfach die komplette DVD-Box gegeben. Und dann habe ich die gesamte Serie einfach mal weggebinged. Und dachte mir so, ja, geht so. Aber ja, nee, kommt an Star Trek und Star Wars leider nicht ran. Ich glaube, bei Babylon 5 war es sogar so, wenn ich mich recht entzinnen, ich war damals Amiga-User. Und ich meine, dass ich mal irgendwo gelesen hatte, dass die ganzen Special Effects auf Amiga gerendert wurden damals. Ja. Und deswegen wollte ich unbedingt Fan von Babylon 5 werden, weil ich halt Amiga-Fan war zu der Zeit. Ich habe es aber dann irgendwie nie geschaut und bin irgendwie nie reingekommen und habe dann irgendwann mal später eine Folge oder so angefangen. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht reingekommen in das Thema. Ja, was mich gerade, daran erinnere ich mich auch, ich war auch begeisterter Amiga-User. Und das habe ich auch gehört, dass das auf dem Amiga gerendert worden sei. Aber mich hat es leider überhaupt nicht überzeugt, weil das, was man eigentlich mit Betrachtergewohnheit so kennt, und wenn Objekte sehr gigantisch aussehen sollen, dann wird auch bei gerenderten Objekten Tiefenunschärfe mit reingerendert. Und das hat mich immer bei Babylon 5 genervt, dass diese riesige Thermosflasche, die da im Weltall schwebte, von vorne bis hinten immer gestochen scharf war. Und das fand ich immer nervtötend unrealistisch, weil es eben nicht mit den Sehgewohnheiten zu tun hatte, die man sonst so gewohnt war, wenn man irgendwelche Space-Opera-Sachen gesehen hat. Mich hat einfach der gesamte Look, ehrlich gesagt, angenervt mit dieser unrealistischen Überschärfung von allen Details. Es war, als es rauskam, Top 8 Edge. Ja, aber nicht für lange. Das ist halt bei bestimmten oder bei generell Computereffekten, die altern sehr schlecht. Dass Jurassic Park so gut gealtert ist, ist, dass sie so sparsam eingesetzt worden sind. Das meiste in Jurassic Park sind Puppen. Und Babylon 5 hat das halt komplett. Es gibt keine Modelle von den Schiffen, kein gar nichts. Bei Star Trek ist es Voyager, die als erstes auch auf animierte 3D-Modelle zurückgreifen. Davor waren es immer kleine Plastikschiffe, die abgefilmt worden sind in TNG. Und ich glaube auch zum Großteil in Deep Space Nine, aber nicht ganz. Also mit der ersten Staffel von Voyager ist dann, wo diese 3D-Animationen, glaube ich, reingekommen sind. Es kann auch sein, das müsste jetzt ein Mega-Geek mir sagen, wo genau das ist. Aber Voyager und Deep Space Nine liefen ja parallel. Genau. Und bis dahin, davor hat halt Star Trek komplett auf digitale Modelle verzichtet, weil es einfach nicht gut aussah. Und Babylon 5 hat das gemacht. Und Babylon 5 hat im Gegensatz zu Star Trek ein Riesenproblem. Sie erzählen die ganze Zeit eine Geschichte und diese Geschichte wird immer komplizierter. Das heißt, es ist so ein Game of Thrones. Das heißt, wenn du am Anfang nicht dabei warst und wenn du dir nicht die Lage warst, die Reruns anzugucken, die es auch nicht gab und es gab ja auch DVD-Boxen nicht gleich am Anfang, wenn du nur eine Folge verpasst hast, warst du draußen. Das war ein Riesenproblem bei der Art, wie die Story von Babylon 5 aufgebaut war. Aber trotzdem hat Babylon 5 eine ziemlich große Fangemeinde jetzt nichts im Vergleich zu Star Wars und Star Trek, aber vergleichbar beziehungsweise größer wie Firefly und den ganzen anderen Kleinkram, den es sonst noch draußen gibt. Schön, dass du es erwähnst. Firefly ist wirklich das, was ich zu allertiefst bedauere, dass diese unglaublich tolle Serie nach nur einer Staffel eingestellt wurde. Das hätte auch was ganz Großartiges werden können, denn wenn es um Serien und Space Opera geht, muss ich sagen, ist Firefly von der Charakterentwicklung das beste und faszinierendste, was ich je erlebt habe, wo direkt jede Episode einer Figur gewidmet ist, wo die sich ganz toll entwickeln können. Das ist richtig super. Bei Star Trek ist es halt, also Next Generation ist es halt so angelegt, dass es im ganz großen Bogen hauptsächlich die Pinocchio-Geschichte von Data ist. Und ja, die alte Captain Kirk Serie ist einfach nur Cowboy-Geschichten ins Weltall übertragen. Ja, genau. Und da gab es jetzt nicht so wirklich großartige Charakterentwicklung. Das kam dann halt später so ein bisschen. Und noch was zum Design. Ich habe neulich zufälligerweise was gesehen. Das war mir gar nicht so bewusst, aber da ist man mal mit der Nase draufgedrückt worden. Was die Tricktechnik betraf, hat man damals bei der Captain Kirk Serie vieles so gemacht, dass es alles in geschlossenen Räumen stattfand. Man hat niemals ein Fenster rausgesehen zum Weltall, weil das einfach tricktechnisch so schwierig war. Und bei The Next Generation ist es sehr häufig so, dass es mitnichten ein animiertes Fenster war, das man gesehen hat. Also das war nicht unbedingt Greenscreen, sondern das war tatsächlich eine riesengroße Leimwand, wo Sterne dran montiert waren. Also mit so kleinen Lämmchen. Und das war so ein Endlosband, was einfach sich so langsam an den Fenstern vorbeigewegt hat. Nur in manchen Episoden sieht man, dass die Sterne sich nicht bewegen, was nicht etwa daran lag, dass das Raumschiff stillstehen sollte, sondern weil einfach das Band kaputt war. Die konnten die Sterne nicht bewegen. Aber da hat eh kaum einer drauf geachtet. Aber das ist, weil ihr das mit dem Look erwähnt habt, das ist auch ein Thema, was mir durch den Kopf gegangen ist. Weil ich muss zugeben, in Vorbereitung zu unserer Episode hier habe ich mir die Prequels nochmal angetan. Und tatsächlich in, glaube ich, den letzten drei Tagen dann Episode zwei und drei. Und da ist mir auch aufgefallen, dass eine, also neben der Story, da können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen, eine der Hauptsachen, die mir eigentlich bei Star Wars so gut gefallen und dann bei den Prequels überhaupt nicht, ist eben der Look. Und das hängt, glaube ich, auch mit dem Thema Practical Effects versus CGI zusammen. Und ich glaube, dass Babylon 5 vielleicht auch, aber vor allem eben die Prequels und viele Sachen, die zur gleichen Zeit damals rausgekommen sind, die hatten das Problem, dass vielleicht Practical Effects einfach nicht mehr State of the Art waren, aber du mit CGI eigentlich noch nicht wirklich richtig gute Effekte machen konntest. Und wenn du dir das heute anschaust, das, was du vorhin bei Babylon 5 beschrieben hast, meiner Meinung nach sieht man auch ein bisschen bei den Prequels, dass das alles viel zu scharf ist und eigentlich heutzutage eher wie Cutscenes aus einem Computerspiel wirken und die vielleicht auch einfach viele Sachen ausprobiert haben, einfach weil es möglich war. Überall sieht man Reflektionen und spiegelnde Oberflächen. Und erstens, das sieht heutzutage einfach nicht mehr gut aus, aber damals hat es halt auch überhaupt gar nicht zu diesem Star Wars Look gepasst. Das ist auch nämlich eines der Sachen, die ich bei Star Wars immer so faszinierend fand, ist, dass es eben sowohl dieses Mystische hat, aber das war auch so ein bisschen diese abgefuckte Welt eigentlich, wo ja eigentlich alles kaputt war. Und klar, für uns war das schon so ein Vintage-Look damals eigentlich. Und die hatten halt auch nichts Besseres, aber das hat auch einfach zu der ganzen Story gepasst, ja. Ja, mehr noch, es geht nicht nur um diesen Used-Look, der tatsächlich das Star Wars-Franchise ja so berühmt gemacht hat, dieser Slogan Make it old. Es hatte auch was von diesem, möchte ich sagen, Jim Henson-Charme, dass du halt diese Puppen hattest und so weiter. Und bei dieser digital aufgemotzten Trilogie gibt es ja diese Deleted Scene, die wieder reingenommen ist, wo Han Solo Jabba begegnet. Und der ist damals von einem Schauspieler ja gespielt worden und dann mussten sie diesen, über diesen Schauspieler mussten sie Jabba dann drüber rendern. Und da gibt es halt diese lustige Szene, wo Han Solo um ihn rumgeht und das ließ sich nicht anders lösen, als dass man so versucht, das so darzustellen, dass er Jabba auf seinen Schwanz tritt, weil der einfach im Weg sein müsste, rein von seinen Dimensionen her, lustiger Gag, aber Jabba selbst, sieht einfach so peinlich aus. Der sieht aus, da habe ich einen Kritiker gehört, er sieht eher aus wie so ein erbärmliches Würstchen und strahlt noch nicht mal ansatzweise das aus, was der eklige, molchartige Jabba als Gummifigur ist. Das fand ich total daneben, wie sie das umgesetzt haben. Das hätte auch gar nicht sein müssen. Ich meine, der digitale Yoda, der war ja in Ordnung, aber der digitale Jabba, der war eine Katastrophe. Das ist halt State of the Art, was es damals gab. Ich wollte nur mal ganz kurz, bevor wir das vergessen, zu Firefly zurück. Ich stimme dir dazu, ich liebe Firefly auch. Firefly gibt nur eine halbe Staffel. Das wurde nach einer halben Staffel abgesetzt. Und bei Firefly stört das mit den FX nicht. Das ist ganz komisch, dass man bei Babylon 5 das so eindeutig hat. Und bei Firefly, man hat das auch, aber man hat dieses, sind eigentlich relativ kurze Szenen nur. Es gibt noch eine andere wichtige Serie, die wir vergessen haben, die auch relativ lang lief, Farscape. Farscape hat ein ähnliches Problem gehabt wie Firefly. Die wurden auch abgesetzt, ich glaube nach der vierten Staffel, weil es dann irgendwie zu kompliziert wurde. Und es hätte noch einen Film geben sollen. Und das wäre dann ins Nichts gegangen. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Das war auch ganz nett. Die haben sehr schön mit Puppen gearbeitet in Farscape. Ja, ich wollte nur noch das erwähnen, dass sich jetzt Leute, weil wir jetzt Babylon 5 und Firefly erwähnt haben, dass wir den letzten großen Franchise, das es da draußen gibt, das letzte große kleine Science-Fiction-Franchise nicht erwähnt hätten. Bei Firefly, dann muss ich auch nochmal einhaken. Und da kann ich mich gleich wieder bei allen unbeliebt machen. Ich werde mit dem Ding einfach nicht warm. Ich habe das schon vor Jahren mal angefangen zu schauen und fand das irgendwie ganz, ganz lustig. Und dann habe ich das mir bei Amazon Prime, keine Ahnung, vor zwei Jahren wieder gekauft, weil man immer liest, Firefly, beste Science-Fiction-Serie ever. Ich habe das angefangen. Aber irgendwie, ich glaube, wenn man, keine Ahnung, wenn man das jetzt nicht nachträglich noch anschaut, dann, also allein das Raumschiff, wie das aussieht, das ist zwar ein ganz lustiger Gimmick, aber irgendwie, also ich bin auf jeden Fall mit Firefly nicht so richtig warm geworden. Ich finde, das ... Ja, sie haben halt kein Geld. Und das sieht man auch. Das ist halt der Unterschied zu Babylon 5 hat das Geld. Ich glaube, da ist auch der, was das einen großen Unterschied macht, Babylon 5, da war diese 3D-Animation wirklich state of the art. Das war das Beste, was du kaufen konntest. Und die haben ja viel Geld ausgegeben für die ganzen Props, diese ganzen Stages und diese ganzen, die sie hatten. Das ganze Zeug. Und dann halt haben sie das Geld gespart für die Modelle. Hätten sie noch Modelle gehabt, wäre wahrscheinlich das ganze Ding viel besser gealtert. Was Firefly angeht, Firefly hatte wirklich diesen used Look und ist halt wirklich gut geschrieben. Da kann man nichts gegen sagen. Wurde falsch vermarktet, falsch verproduziert. Und der Hauptdarsteller hat ja dann mit Castle eine, ich glaube, sieben oder acht Staffeln lange Serie, Serienhit gelandet und in diesem Hit und in seinen privaten Auftritten und Interviews spielt er halt immer an Firefly an. Das tut ihm halt persönlich, hat dem das auch arg wehgetan, dass das nicht geklappt hat. Und dann haben sie ja ein paar Jahre später diesen Fanfilm gedreht, das hat zum richtigen Kinofilm wurde, Serenity, wo sie dann versuchen, diese offenen, also wenigstens eine Staffel abzuschließen und so ein paar Sachen zu erklären. Und das ist wirklich nur was für Fans. Das ist ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also der Serenity-Film ist wirklich so furchtbar. Die haben die ganze Story durch einen Fleischwolf gedreht und haben die Story also wirklich gekillt, indem sie nämlich einfach ein paar Castmembers ausradiert haben und dann man sich sagte nach diesem Film, klasse gemacht, jetzt habt ihr die Serie endgültig begraben. Man braucht sich keine Hoffnung mehr zu machen, dass das irgendwann wieder aufleben könnte, wenn ihr die Charaktere killt. Also es hat mich wirklich, wirklich sehr geärgert. Das Ironische dabei ist, dass mir von diesem Serenity-Film ein Schüler unglaublich vorgeschwärmt hat. Er hat gesagt, oh, die müssen sie angucken, der ist ganz toll. Und er hat mir die wirre Story dieses Films erzählt, aber mit frenetischer Begeisterung. Und das hatte ich so im Hinterkopf und habe dann irgendwann die Serie geschaut und dachte mir, ach, das ist aber schade, dass die eingestellt wurde. Und dann habe ich diesen Film geschaut, erinnerte mich daran, dass er mir so angepriesen wurde und dachte mir, was ist Glück, habe ich den nicht vorher gesehen? Ja, das ist echt traurig. In dem Fall ist es wirklich so, es war klar, dass die Serie tot ist. Der Film sollte die Serie abschließen. Das heißt, die Serie wäre geplant gewesen für so grob vorgeplant, für drei, vier Staffeln. Das macht man so. Drei, vier Staffeln tut man vorplant. Danach kommt ja dieses berühmte Ding, dass das in Syndication geht. Und deswegen plant man die Serie so lange, dass man einen Bogen hat, bis man in Syndication gehen kann. Und der Film schließt das halt zusammen. Das heißt, sie haben die Story von dreieinhalb Staffeln in den Zwei-Stunden-Film gequetscht. Kannst du der geneigten Hörerschaft mal kurz erklären, was Syndication ist? Es ist in den Verträgen, bekommst du einen Vertrag für deine Arbeit in dem Film. Und wenn es in Syndication geht, das heißt, es werden Reruns gemacht und es wird verkauft auf DVD und diesen ganzen Kram, dann kriegst du zusätzliche Zahlungen. Das heißt, das Berühmteste ist wahrscheinlich, die Friends-Mitglieder bekommen, und der Haupt-Friends-Cast kriegt jetzt immer noch Millionen, dreistellige Millionenbeträge fast, dafür, dass das Zeug bei Netflix läuft. Das ist Syndication. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was in Syndication läuft, dann kriegst du dein richtiges fieses Geld, wenn du im TV bist. Wenn du deine einzelnen TV-Sachen machst, kriegst du, ist ja bei Filmen genauso, so bei Guardians of the Galaxy oder was auch immer, oder so Superman, wenn der den ersten Film gedreht hat, dann kriegst du für den ersten Film in einem Franchise so irgendwas zwischen 100.000 und 300.000. Kommt drauf an, was für eine Star-Power du hast. Und mit dem Wissen dann, wenn das in den Mehrteiler halt geht, dass du dann die späteren Teile höher verhandeln kannst. Deswegen wird deine Gage nur für einen Film immer festgelegt. Und dann halt, wenn du, okay, du bist im ersten Tor-Film gewesen, das ist klar, es gibt einen zweiten und einen dritten, dann kannst du halt für zwei und drei deine hohe Gage verhandeln. Genau. Und bei TV-Sendungen ist das halt die Syndication, dass du dann hast, du weißt, wenn das was Erfolgreiches wird, was lange läuft, dann geht das halt in den Secondary Market und dann kriegst du Geld für. Du hast, glaube ich, mal irgendwas gesagt von vier Staffeln. Ab der vierten Staffel wirft das richtig Asche ab. Und deshalb gibt es halt bei vielen, vielen Serien halt leider diese undurchdringbare gläserne Wand, dass die meisten nach vier Staffeln eingestellt werden, was natürlich sehr, sehr schade sein kann. Deswegen werden die auch für vier Staffeln geplant. Das heißt, du gehst gar nicht irgendwo hin, wenn du keinen Vier-Staffel-Plan hast. Die fragen dich klar, wie ist deine Pilotfolge? Wie ist denn deine erste Staffel? Was hast du nach vier Staffeln für eine Geschichte erzählt? Das musst du wissen, sonst kannst du es vergessen. Außer jetzt bei Netflix. Ist sowieso so, bevor jetzt wieder, Netflix ist ja Fluch und Segen zugleich. Netflix erlaubt ja, Zeug zu produzieren, das du nie irgendwo hättest durchbekommen, weil Netflix will einfach nur Content haben. Und es ist ja wirklich so, es ist ein Haufen Sachen bei Netflix, es gibt, die gäbe es gar nicht. Also, man hat ja immer gesagt, Amerikaner gucken sich keine Filme an, die untertitelt sind. Amerikaner gucken sich keine Filme an, die synchronisiert sind. Ja, Netflix ist ein Riesenteil, fast die Hälfte von dem Content, den sie haben, ist synchronisiert. Und das wird geguckt. Ja, es ist alles kompletter Wahnsinn. Und da können wir jetzt auch mal gleich zu was kommen. Ich habe gerade nämlich den Teaser gesehen für Picard 2. Das sowas gibt es auch nicht. Picard, sorry, TNG ist super. Ja, und ich liebe den Picard-Schauspieler, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Da war ich auch ein großer Sir Patrick Stewart. Aber nein, Picard hätte man echt nicht machen müssen. Da widerspreche ich. Das ist jetzt wirklich eine offene Wunde. Oh, oh, Jürgen. Also, Picard ist, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt zustimmen. Also, Picard ist was, das hat kein Mensch gebraucht. Und in der Form, in der es umgesetzt wurde, ist es wirklich schon fast skandalös. Also, ach Leute, jetzt seid mal nicht so. Ich fand, Star Trek Picard, das hatte so das Gefühl, wie so ein Klassentreffen. Die Leute sind gealtert, aber es wärmt halt die alten Gefühle auf. Ich fand das sehr, sehr schön. Ganz ehrlich, ich fand es sehr, sehr schön. Man hätte es danach gut sein lassen können, denn seien wir ehrlich, Jean-Luc ist gestorben, dass er dann in einem androiden Körper ist, der genauso aussieht wie er, geschummelt. Er ist tot und damit soll man es gut sein lassen, dass man jetzt versucht, diese Kuh weiterzumelken. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich fand es okay. Es war ein ganz netter Zeitvertreib. Ich konnte damit leben. Ich brauchte mich da jetzt nicht so drüber zu ereifern. Aber ihr könnt gerne darlegen, warum ihr das für ein Verbrechen haltet. Dann haben wir Gesprächsstoff. Ja, lass mich mal kurz anfangen. Also generell, ich hab's geguckt. Ich hab's jetzt auch nicht mit großem Unwillen geguckt und ich stimme mal dem Klassentreffen-Charme davon komplett zu. Was ich nicht gut finde, ist, du hättest ja auch was Anständiges draus machen können. Ja, also, wir haben dieses Klassentreffen, wir haben dieses ganze Retro. Das alles haben wir da, aber dann haben wir keine Story und dann haben wir auch ein echt komisches Budget. Auf der einen Seite hauen sie wahrscheinlich für die ganzen Schauspieler und die Gastauftritte einen Haufen Geld raus und dann klappt aber ihr gesamtes FX-Budget nicht. Am Ende, also wer Picard nicht gesehen hat und sich für eine schlechte Serie den nicht spoilern lassen will, sollte ich jetzt mal ganz kurz für 30 Sekunden die Ohren zuhalten und lalala sagen. Ganz am Ende haben wir ein Stand-Off von 200 identischen 3D-Modeln auf der einen Seite und 200 identischen 3D-Modeln auf der anderen Seite und die tun nix. Und das ist das Ende. Und das ist super günstig, keine Frage, aber ist auch super lame. Und dann, ich hatte mir gedacht, okay, wir haben da ein Borg-Cube, das sind ja ein Haufen, jetzt erwachen die ganzen Drohnen, weil wir haben nur so einen ganz kleinen Teil von dem Borg-Cube gesehen, bis dahin habe ich gedacht, okay, was machen sie denn jetzt? Es ist uns ja klar, dass ihr das FX-Budget und das gesamte Budget von der Serie eigentlich schon rausgeschmissen habt. Was macht ihr jetzt? Ja, sie pusten alle, keine Ahnung, halbe Million Drohnen, Borg-Drohnen ins Weltraum und ist natürlich auch immer dieselbe Figur. Also ja, als das Ding fertig gedreht war und als es ans FX gegangen ist, da war einfach kein Geld mehr da und das ist peinlich. Wenn ich weiß, ich habe kein Geld, warum muss ich dann versuchen, so eine ambitionierte FX-Geschichte zu drehen? Wäre überhaupt nicht notwendig gewesen, hätte man was viel Netteres machen können und dann ist die Geschichte auch kacke. Also es ist die einfachste Super-AI-Mastermind-Geschichte. By the way, die zweite Staffel von Discovery, selbe Geschichte. Jetzt kann man also gleichzeitig dieselbe Geschichte zweimal im selben Franchise machen und zweimal versauen. Super. Und Discovery ist dagegen richtig schlecht. Ich habe es mehrmals versucht. Ich habe eine Staffel durchgehalten und das Ende der ersten Staffel von Discovery ist so furchtbar mies. Einfach auf einmal kommt ein Erzähler aus dem Off. Ja, der Krieg ist vorbei und alles heile Gänzchen. Da dachte ich mir, wie jetzt? Und dann, die zweite Staffel ist so unglaublich öde. Ich habe es mehrmals versucht. Ich habe keine drei, vier Episoden durchgehalten. Das Charakter-Design, die ganzen Plots, es ist alles so unerträglich. Wirklich, Discovery ist echt die schlechteste Serie des Franchise überhaupt. Und da finde ich Picard gar kein Problem im Vergleich dazu. Okay, da muss ich sagen, sehe ich dann doch anders. Also ich finde beides schlecht. Aber ich finde bei Picard, Picard ist noch mal schlechter, weil ich finde einfach, das ist, ihr habt ja auch beide gesagt, was ist quasi der Einstieg bei Star Trek für uns gewesen, TNG und eben Picard vor allem. Ja, und Data auch eigentlich. Und dann macht man quasi später eine Serie, holt sich die beiden wichtigsten Personen und vermurkst die in so einer 0815-Story und bringt noch ein bisschen Klassentreffen-Feeling rein. Und das finde ich einfach sowas von lieblos gemacht. Ja, und eben dann gegenüber quasi diesem ganzen Universum, was aufgebaut wurde, komplett respektlos. Plus dann noch die Sachen mit schlechter Handlung, schlechter Effekte, alles eigentlich total sinnfrei. Bei Discovery muss ich sagen, es ist immerhin, man kann es sich noch als Action-Serie irgendwie angucken. Man muss ausblenden, dass es Star Trek sein sollte und man darf überhaupt keinen Anspruch haben. Dann finde ich aber, kann man es sich noch so wegsehen. Ja, man darf überhaupt keinen Anspruch haben, das ist natürlich sehr putzig. Du hast jetzt die ganze Zeit Picard kritisiert, das ist eine Frechheit der Welt gegenüber und blä, blä, blä. Und dann, ja, wenn man keinen Anspruch hat, dann kann man Discovery mögen. Was mich bei Discovery unglaublich, unglaublich nervt, sind diese ganzen Wimpy-Charaktere, die die ganze Zeit wirklich rumflennen. Also wirklich, dieses ewige Geflenne geht mir auf die. Oh, ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Es gibt kaum, ich mein, ich brauch jetzt nicht natürlich diese, ich brauch nicht mehr diese Hau-drauf-Cowboys von Captain Kirk, aber, also, ein bisschen was Heroisches, ein bisschen was Vorbildhaftes oder Interessantes oder Bewundernswertes hätte ich halt gerne schon und nicht so eine Horde von Wimps, das ist einfach nicht zu ertragen. Ich hab, ich hab das Gefühl, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht auf die, doch, ich sag, ich spreche es aus, ich hab das Gefühl, das ist ein Raumschiff voll von Special Snowflakes, es ist nicht zu ertragen. Es ist furchtbar. Okay, ich schneid diesmal nicht, Jürgen, ja, also, steigere dich jetzt nicht heute in was rein, weil diesmal wird von mir nicht geschnitten. Wir sind jetzt apropos Schnitt, apropos Schnitt, wir wären jetzt übrigens bei der halben Stunde, nur so nebenbei. Wir haben jetzt eigentlich einen super Cliff. Nee, es geht jetzt im Moment nicht, wir schneiden später, weil ich muss noch Star Trek jetzt fertig machen, bevor wir zu Star Wars gehen. Ist ja nicht mehr viel, ja, so, ganz wichtig, ich stimme dir nicht ganz zu, also, immer wenn Michael Burnham kommt, wenn du dann vorspulst, bis wenn Michael Burnham nicht mehr da ist, dann kann man das ganz okay gucken. Stimmt, die Strategie, die habe ich noch nicht verfolgt, das könnte, das könnte helfen. Ja, also, die Schauspielerin, die Michael Burnham spielt, ist eine hervorragende Schauspielerin, da wird nichts gegeben. Ich habe auch mehrere Analysen gesehen, die die Leute ganz genau erklärt haben, das ist halt das Problem, dass du eigentlich eine Geschichte hast, die nicht auf eine besondere Figur gefokust sein sollte, aber sie ist komplett auf diese eine Figur gefokust. Das heißt, es ist eigentlich nur Michael Burnham, der die was macht, alles andere machen eigentlich nichts, was die tun, hat keinen, keinen, keinen richtigen Influence auf die, auf die Story und die Geschehnisse. Das erklärt, warum vielen das mit der Story nicht so funktioniert. Habe ich auch das Gefühl, ich habe ein größeres Problem, die haben wirklich geschafft, drei Staffeln zu machen und jedes Mal das Ende komplett zu versauen. also wenn du denkst, dass das erste Ende ist schlecht, das zweite ist schlechter und das dritte ist noch mal noch schlechter. Glaube ich dir, ich werde meine Zeit damit nicht verschwenden und apropos nur um Michael Burnham rumgeschrieben, warum sind alle anderen Figuren so unfassbar flach und ausstrahlungsarm? Zum Beispiel der, der Spock, der Spock am Anfang der zweiten Staffel, weiter habe ich ja nicht geguckt, das ist Zachary Quinto in hässlich. Was soll das? Was haben die da für Leute gecastet? Das ist schrecklich. Ich gucke auch weiterhin das, weil es ist genau, das ist ja das Problem, es ist TNG, es ist Star Wars, gucken wir einfach, ist vollkommen egal, wie schlecht es ist. Und es ist immer noch besser als das meiste andere, was auf Netflix läuft. Und da müssen wir jetzt mal wirklich eine Lanze brechen für Amazon Prime. Amazon Prime bringt ganz schön geiles Zeug raus im Moment. aber nicht Topic für jetzt, sondern letztes Topic, bevor wir, wir haben ja schon gesprochen über The Boys und ähnliche Sachen, bevor wir jetzt zu Star Wars gehen, müssen wir noch eine einzige Serie machen. Lord X. Lord X. Genau. Und das ist auf Prime zu sehen. Lord X ist auf Prime zu sehen, ist noch nicht von Prime, ist Star Trek. Hätte ich nicht gedacht, dass das jemand unterschreibt. Ich fand es sehr amüsant. hat mich sehr erinnert an Red Shirt, an den Roman. Und fand ich auch, ich finde es sehr lustig, wie Final Space eigentlich, aber es hätte nicht der Star Trek Lizenz bedurft. Genau. Ich habe auch gesagt, es hat, es hat die Optik von Final Space und auch, muss ich so sagen, denselben Humor. Es ist echt, es ist echt lustiger Klamauk, der im Star Trek Universum angesiedelt ist. Es geht halt in eine völlig andere Richtung, aber ich finde es sehr charmant. Ich mag sowas einfach. Das ist einfach sehr unterhaltsam. Ja. Ist halt so, es verrät komplett den Originalteil. Es verrät Kirk, es verrät Picard, es verrät Deep Space Nine, es verrät Voyager, wobei man sich dann auch wieder streiten kann. Aber wenn man sagt, TNG und Kirk, das ist der harte Kern von den Original-Fans, das ist das, mit denen die, dann verrät es das komplett. Ja, dann gab es diese Enterprise-Serie. Das ist Auffassungssache. Man könnte auch sagen, dem Ganzen ist jetzt noch ein Mosaik-Steinchen hinzugefügt. Aber Stefan, was sagst denn du dazu? Ich muss dazu geben, ich habe das noch nicht geschaut, weil das Problem mit Picard, Picard hat mich so aus der Bahn geworfen, Star Trek-technisch, wie ich dann gesehen habe, dass da jetzt so eine Zeichentrick-Serie kommt, die das Ganze ein bisschen durch den Kakao zieht, habe ich mich wirklich geweigert, reinzuschauen. Habe aber, ja, ich habe schon oft jetzt Gutes drüber gehört, jetzt auch von euch beiden, vielleicht muss ich dem Ganzen doch mal eine Chance geben, aber mein Meta-Kommentar wäre eigentlich trotzdem, dass ich finde, dass man sowas machen kann, aber das sollte man nicht aus dem Star Trek-Franchise rausmachen. Ich finde, so wie The Orville, wo jeder weiß, was gemeint ist und dann kann man solche Sachen auch machen, aber ich finde, keine Ahnung, ich finde einfach für mich die Marke Star Trek oder die ganze Idee dahinter, die widerspricht dem, dass man sich selbst durch den Kakao zieht. Auch wenn es so ein bisschen dem Zeitgeist natürlich dann entspricht, aber für mich passt es dann nicht zusammen. Ja, wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum sie die Lizenz dafür hergegeben haben. Es zeigt so eine gewisse Beliebigkeit, also es passt daher zusammen, dass es eine gewisse Beliebigkeit ist bei Picard, bei Discovery und bei Lower Decks, dass man einfach sagt, ja, whatever, just give her the money, ja, give her the money and you can do whatever you want. Und genau das ist ein Gefühl, das ich auch bei den letzten drei Star Wars Filmen hatte, dass es denen komplett egal war. Ja, klar, wenn wir jetzt zurückgehen zu A New Hope, das ist keine geniale Geschichte und Lucas ist kein guter Regisseur und hätte seine Frau und ein paar Leute ihm nicht wirklich beim Schneiden geholfen und auf die Finger gehauen und gesagt, nee, das geht nicht, dann hätte er auch A New Hope komplett versaut und es liegt jetzt eher daran, dass er sehr gute Leute im Schnitt hatte als an der Story und an seinen eigenen Fähigkeiten als Regisseur und die zwei nächsten Filme hat er noch gut durchbekommen und dann sieht man ja, was passiert ist, wenn man ihm FX nachmachen lässt für seine Filme, dass er das nicht unbedingt besser macht, wobei ich fand das jetzt gar nicht so dramatisch, diese paar Szenen, die sie hinzugefügt haben und die paar FX-Dinger, die sie in die ersten Filme hinzugefügt haben. Ja, ich fand das jetzt blöd, dass er alle Originalkopien nicht mehr haben wollte, dass du eigentlich überhaupt nichts mehr ohne diese zusätzlichen FX für eine Weile bekommen konntest, bevor Disney das gekauft hat, gegessen und dann halt, was er mit den ersten Prequels gemacht hat. Ja, und dann ging es halt mit Disney genauso schlimm weiter und natürlich kommen wir jetzt zu The Mandalorian, was wieder eine hervorragende Serie ist und ich hab's nie gesehen, aber auch diese 3D-animierten Clone Wars-Teile scheinen ja ihre Fans zu haben, aber wie wär's, wenn wir über ein paar der neuen Filme sprechen würden und das wär jetzt der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, dass, wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr weiter hören auf Hyperraum und wir hören uns an dieser Stelle wieder mit der nächsten Episode vom Rewrite-Podcast. Auf Wiederhören! Vielen Dank und bis bald! Wartet! Ich hab noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de Twitter oder Reddit Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de slash mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podisee reinhören. Podisee veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Musik